Hallo Leute, weiter geht's bei Haunting Grounds. Und wie mir gerade aufgefallen ist, wir haben den Ball wieder im Inventar. Das ist super. Ja, wir sind jetzt hier mit Huey unterwegs. Und, ja. Wollen mal sehen, wie gut wir jetzt durch dieses komische Schloss hindurch kommen. Wir haben jetzt ja die zerschnittene Marionette. Ähm, ich überlege gerade, wo soll ich hin? Hier unten war... Shit, ich weiß nicht mehr, was hier unten war. Die Küche. Da haben wir auch noch eine Tür, die wir durchsuchen müssten. Hm. Ah ja, die ist verschlossen, genau. Moment, ich sollte mal den Hund wieder loben. Genau. Geh dich beim Hund hin und lobe ihn. Genau so. Ich hoffe, das bringt am meisten als einfach nur so ein... Ja. Komm mit. Hä, ist das hier schon der richtige Weg? Äh, nee, da war nichts. Stimmt. Shit. Shit, 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 shit. Huey, komm schnell. Ich will nicht alleine hier durch dieses Schloss... ...durch warten. Okay, hier ist nichts, dann müssen wir hier weiter. Ja, diese Karte bringt mir ehrlich gesagt einen Scheiß. Hier vorne war die eine Tür verschlossen. Und die andere führt zum Arbeitstimmer, die uns eigentlich nichts bringt. Ja, die da rechts. Hm? Hm? Nein, 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 nicht die Tür schliessen. Nein, 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 nein. Tür bitte schnell öffnen. Huey. Guter Junge. Guter Junge, sagt er dich. Ja. Okay, wo müssen wir jetzt... Shit, wir haben ein Problem, glaube ich. Shit, wir haben ein Problem, glaube ich. Huey. Ah, da bist du ja schon. Ähm... Ja, wir haben ein Problem. Was heißt wir? Ich habe eins. Ich meine, wie sollen wir denn hier wieder nach oben kommen? Hier ist eine Leiter und ich nehme nicht an, dass Huey hier... Moment, kann ich ihn vielleicht da runterschicken? Go, Huey. Moment, er nimmt Anlauf. Huey? Du bist ein ultra toller Hund. Album Medaillon, du bist ein ultra toller Hund. Super Hund. Aber wie gesagt, wie kommt er jetzt wieder da hoch? Das ist jetzt ein Problem, das mir nicht so richtig gefallen möchte. Ich komme, Huey. Ja, ich möchte den Hund auch nicht alleine zurücklassen. Versteht ihr? Ähm... Da müsste er jetzt eigentlich hier weitergehen. Direkt. Rechts weiter war ja dann nur... ...Tür schliessen wegen den Illuminisanten, würde ich sagen. Moment, ich habe jetzt sogar noch eine Idee. Wunderbar. Seht euch das an. Huey, komm mal hierher. Huey, komm mal hierher. Huey. 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 Juhu. Juhu. Komm mal. Du sollst herkommen. Und dich dann hier hinsetzen. Komm mal. Näher kommen, Huey. Jetzt hier hinsetzen. Set. Reicht das? Das reicht. Guter Junge. Jetzt habe ich bestimmt irgendetwas... Oh, wir speichern kurz. Wir können speichern. Hallo, speichern. Ja, unbedingt. Was habe ich da jetzt... ...damit erreicht? Wenn ich diesen Schalter drücke. Moment, hier kommt jetzt bestimmt diese Marionette hin. Äh, wo ist die da? Äh, Huey. Aha. Okay, die Tür hätten wir mal geöffnet. Huey, ich lobe dich jetzt mal. Aber... Ja. Du hättest eigentlich da warten sollen. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal noch weiter. Hier hinten war doch jetzt die Küche, oder nicht? Was war hier? Da war die Küche. Komm mit, Huey. Weil hier hinten waren wir noch nicht. Was? Warum werde ich jedes Mal gestört, wenn ich hier hinkomme? Oh. Hallo. Sieht ja ganz appetitlich aus. Was sagt sie denn dazu, unsere gute Fiona? Ähm, wo sind wir denn mittlerweile? Da. Nein, danke, ich bleib lieber hier. Was? Nein, danke, ich bleib lieber hier. Warum? Komm, denk, äh, darüber nach. Was hat sie da zusammengemischt? Sieht aus wie Pasta aus... Engelshaar. Was ist Engelshaar? Kann ich mit ihr reden? Was? Was? Oh, Mann. Irgendwas hat sie gesagt, aber ich konnte es nicht lesen. Schon wieder? Mann, ich muss die Taste gar nicht drücken, okay? Sieht so aus, als wäre sie mit der Vorbereitung des Abendessens beschäftigt. Vielleicht ist das nicht die beste Zeit, eine Unterhaltung zu beginnen. Ja, okay, dann sehen wir uns die Tür hier an. Ist bestimmt verschlossen. Ne, ist auch offen. Huey. Huey. Shit, wo bist du jetzt? Da bist du. Huey? Bist du scheiße? Na, also. Essenssaal. Der Essenssaal. Okay. Gibt's hier gar nichts für uns. Hier durch die Tür möchte ich noch nicht gehen. Riesiger Wandteppich. Hier hängt ein grosser Wandteppich. Ich frage mich, ob dies eine Darstellung eines der vielen Wappen des Schlosses ist. Ja, das kann gut sein. Da liegt was auf dem Tisch. Viele Kerzenhalter. Ich glaube nicht, dass ich mir etwas einbilde, wenn ich sage, dass definitiv etwas nicht stimmt mit dem Schloss. Hey, was ist das? Ja, das will ich. Zerbrochene Platte. Was denn für eine Platte? Teilplatte, die in zwei Hälften zerbrach. Buchstaben. ST. Okay. ST, okay. Huey? Huey! Huey! Kein Quatsch, okay? Huey! Kommst du mit? Hund, was machst du da? Huey! Sollst du mitkommen? Mal sehen, ob diese Tür hier auch aufmachbar ist. Tür aufgeschlossen. Was? Wo bin ich denn jetzt? Was hämmert da? Huey? Gegen jemand ist hier unterwegs. Huey? Gegen jemand ist hier. Man hat die Schritte gehört. Huey? Jetzt geht es langsam und sicher ernst. Langsam aber sicher. Ah, jetzt! Ah, ich weiß genau, wo ich bin. Perfekt. Perfekt. Super, jetzt kann ich mit Huey wieder überall hingehen. Perfekt. Gut, dann können wir jetzt mal zu diesem roten Raum gehen. Huey! Huey, ganz ruhig. Ganz ruhig. Lass die Olle da kochen. Komm hier durch, Huey! Huey! So, wir lassen die Olle hier kochen, ja? Machen die Tür zu und alles ist gut. Okay, jetzt haben wir hier irgendwo diese rote Tür. Komm her, Huey. Erstmal wird nochmal gespeichert hier. Wenn ich schon die Möglichkeit dazu kriege, dann wird definitiv gespeichert. So, wir haben jetzt hier diese rote Tür. Und eine rote Tür verheißt bestimmt oft nichts Gutes. Oh shit, ich weiß ganz genau, was das hier ist. Shit, 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 Huey! Nein, 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 nein. Diesen Gefallen tue ich euch nicht, Leute. Nein, diesen Gefallen tue ich euch nicht. Aha. Ich könnte schwören, ich habe gerade etwas gehört. Ja, 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 ja. Huey! Huey! Komm her! Setz dich da bitte hin, okay? Lass mich dann aber auch weggehen hier, Huey. Danke. Bleib da sitzen, okay? Das könnte ansonsten ziemlich unschön enden. Oh Gott, was für eine kranke Scheiße ist denn das hier? Die Puppe ist mit kleinen Holzstückchen durchstoßen worden. Die Sorte ist gruselig. Oh Gott, seht diese Augen da? Auf diesen Teppich will ich nicht drauf treten. Nein, nein, nein. Aber Huey, was ist los? Warum? Was sollst du da sitzen bleiben, Huey? Komm jetzt her! Ist gar nicht gut, wenn der Hund nicht da bleibt, wo ich sage, Huey, komm jetzt her! Was sollst du jetzt herkommen? Hier herkommen. Hier sitzen bleiben, okay? Bleib da sitzen. Ich sag's dir. So, ich möchte nämlich zuerst hier durch. Und da haben wir eine Maschinerie. Sicherungskasten. Griff herunterdrücken, ja. Unbedingt. Ich glaube, jetzt kann ich da draufstehen. Ja, ansonsten wäre Fiona hier grausam gestorben. Aber Huey, ich find's nicht gut, dass du schon wieder... Hast du das, Huey? Nichts passiert, Huey. Okay, ich lobe dich jetzt nicht und ich werde dich auch nicht. Huey? Was hast du denn? Hast du Angst? Hast du Angst oder was ist kaputt? Komm jetzt. Komm jetzt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Aber ich will hier raus. Ja, zum Glück habe ich mich daran noch erinnert. Alles andere wäre ziemlich scheiße gewesen. Ja, ich erinnere mich, als ich das das erste Mal gespielt habe. Da war... War Ende Gelände. Was haben wir hier? Hier ist auch ein merkwürdig aufgestellter Stuhl. Dieser Ort kommt mir immerhin weiterhin unheimlich vor, ja. Was heißt immerhin, er kommt immer unheimlicher, ja, so. Das ist ein Telefon. Kann ich jemanden anrufen? Zum Telefon will sie nichts sagen. Huey, komm zu mir, bitte. Verarschen? Ich weiß nicht, ob es klug ist, abzunehmen, Fiona. Wer ist das? You must pay attention now, Fiona. Be wary of Ricardo. You're asshole. Hello? Hello? Are you there? What is that, damn? What? It's an item. Huey, come here! Huey, where are you? Oh, no! Nein! Warten, Huey, und Attacke! Greif an, diesen Penner! Moment, ich helfe dir! Ich helfe dir! Attacke! Greif an, Huey! Schnell! Shit, frisst das! Nein! Und Attacke! Huey, greif an! Ich helfe dir, ich trete zu! Ja, stirb! Du verdammter Dreckskerl! Moment, 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 Moment! Ich hab doch was! Magnesium! Nee, ich will was zum Werfen! Das hier! Werfen, ja! Und los! Los! Los, Huey! Warum will der Kerl nicht verrecken? Piss dich! Mein, Huey, ich geb dir, ich geb dir was, ich geb dir was! Ähm, 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 ähm... Eine Menge Lebenskraft, ich weiß nicht. Macht sie glücklich. Ja, nimm das, Huey! Shit, es geht nicht! Shit, ich muss mich selber heilen, sonst, sonst, sonst geht's nicht. Das hier benutzen. Komm mit, Huey, wir verschwinden von hier. Gott, wo bin ich hier? Huey! Muss Huey irgendwie dieses Ding hier geben können. Shit, ich hab ihm schon was gegeben, aber er konnte es nicht essen. Shit, 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 shit. Nein, nein, komm nicht zu mir! Nein, jetzt hab ich dieser... Verdammte Wichser gesehen! Fick dich! Huey, komm mit, du kannst nicht kämpfen. Du kannst nicht mehr kämpfen, du bist zu geschwächt. Irgendwo hab ich ihm hier doch was hingelegt. Verdammte Scheiße nochmal. Huey, komm! Schnell! Oh, Fiona! Hier raus, bitte! Verdammte Scheiße, komm! Ruhig, komm, wir verstecken uns hier irgendwo. Bloß wo? Kann mich hier nirgendwo verstecken. Doch, ich könnte da hochgehen. Ich muss da hochgehen. Huey, ganz ruhig. Hoffentlich ist er weg. Oh Gott, für Fiona geht's überhaupt nicht gut. Gott. Nein, jetzt ist der Idiot wieder da! Muss meinem Hund helfen. Muss ihm helfen, irgendwie! Leck mich! Nein! Shit, das mach ich jetzt. Shit, das mach ich jetzt. Und ich lege hier was hin. Ich lege hier was hin, ich lege hier was hin, ich lege hier was hin. Ähm, das hier. Was? Das ausrüsten. So, jetzt hier hinlegen. Hier hin! Ich verstecke mich hier. Komm schon. Komm schon! Tritt drauf! Das hat ja mal überhaupt nichts geklappt. Nein! Yes! Wunderbar, wunderbar. Runter! Gottverdammt, Fiona! Oh Mann, genau das meine ich. Diesen Typen loszuwerden ist teilweise sowas von scheiße. Und auch Huey ist ziemlich am Arsch. Versteht ihr? Huey! Huey, komm einfach mit! Tür zu! Und weggehen. Huey, komm mit! Ich werde diesen Penner einfach nicht los! Oh Mann, ist das scheiße! Nein, Fiona! Shit, 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 shit. Geh da runter. Was, da lag was? Da lag was? Was ist das? Nimm's mit! Verbrochene... Was? Noch eine zerbrochene... Oh, shit. Okay, Huey. Wir machen den Kerl alle. Was ist denn sein? Nein, er kommt! Okay. Huey, bist du bereit? Greif an! Herr Huey! Greif doch an! Mein Gott, fick dich doch mal! Er humpelt auch schon. Mein Gott, wie soll ich den besiegen? Oder, oder... Ich kann überhaupt nichts tun! Mein Gott, ich hasse den Kerl! Hier, tritt hier rauf! Ich werde ihn nicht los! Ja, stirb! Nein! Ich... Ich weiss nicht, was ich tun soll. Er war püsstig. Oh, shit. Fiona ist in Panik. Fiona ist in Panik. Ich kann keine Items einsetzen. Shit, shit, shit! Shit! Nicht gut! Nicht gut! Ich kann gar nichts tun. Fiona rennt gegen die Wand. Ich kann sie nicht steuern. Ich kann keine Items einsetzen. Gar nichts! Aber es geht dir wieder gut. Oh, Huey. Huey, komm her. Du hast das andere Huhn nicht essen können, glaube ich. Was? Huey, komm zu mir! Komm zu mir, Huey! Unbedingt! Come on! Huey, bitte komm zu mir! Huey, wo gehst du hin? Huey! Shit, wo ist er jetzt? Come on! Wo bist du? Da! Lass dich mal loben hier. So, ja. Leg dich da hin und nimm das. Ähm. Friss das, Huey, bitte. Huey? Ich hab dir was hingelegt. Go, Huey! Huey, ich hab dir was hingelegt. Sollst du es auch essen. Oder hat es gegessen? Ich weiss es nicht. Ihr seht, das ist teilweise so ein bisschen ein Problem. So. Wir sehen uns jetzt aber noch kurz was an. Und zwar haben wir hier Re. Dann haben wir St. Stree macht keinen Sinn. Das ist bestimmt Rest. Ne? Aber wir speichern natürlich erstmal. Mal. Oh Gott, dieser Penner. Hab mir jetzt echt alles abverlangt. Shit, bei was wurden wir jetzt aufgehalten? Ich weiß es doch nicht mehr. Ja, wir speichern erstmal und dann überlegen wir beim nächsten Mal, wie es weitergehen soll. Denn das war's mir der Titel für heute mit Haunting Ground. Und vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.